BMW Berlin Marathon Inlineskating 2019 Mein Name ist Sebastian Baumgartner und ich begleite euch heute hier live aus dem Container hier in Berlin und die Bilder zeigen ein verheerendes Bild. Wir haben ja gerade gesehen die Helikopteraufnahme und hier direkt das Publikum, was sich hier abwettert mit Regenschirmen vor dem Schauer, der hier gerade über Berlin hineinbringt. Neben hier begrüßt ich meinen Co-Kommentator Mark Horsten, kommt aus den Niederleiten, bis zum Starte ehemaliger Welt-Champion, der hier verfahren ist. Er ist zweimal in Berlin dabei gewesen und bei ihm gibt es Gänsehaut im Augenblick, wenn er diese Bilder sieht und er fragt sich, was macht es mit dir, wenn du das Ganze siehst. Ich höre dich gut. Ja, du hörst mich perfekt? Ja. Ich höre dich nicht. Vielleicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, wir sind hier noch gerade in der Abstimmung mit dem Ton. So, Mark ist da und wir sehen hier, die Menschen sitzen im Moment noch in den Toilettenhäuschen, um sich abzuwettern. Sie haben planen Rettungsdecken über sich ausgebreitet. Der Regen, der meint es nur wirklich nicht gut mit den ganzen Sportlerinnen und Sportler, die hier in Berlin eingetroffen sind. Es sind über 5,081 Sportlerinnen und Sportler aus 69 Nationen, die den Weg zu uns gefunden haben. So, ich würde auch gerne zu willkommenen all unsere foreignen Freunde von Abroad, die die hier in Berlin sind, die hier in Berlin sind. Wir sind sorry, dass wir diese Bilder hier sind, aber das ist die Realität. so it was supposed to have sunshine also but now rain is there and now we see in the helicopter pictures here from Berlin buff and it's pouring down and you see that's the edge of the cloud but our son is right behind so it will be a tough race today between sunshine rain so mark when you see this pictures here what is going your mind first of all Sebastian thank you for the invitation yeah what's going in my mind the first thing is there is no Berlin Marathon inline record this year so it will be not 56 minutes or faster like Bart did a few years ago so the space would be much slower and the wheels will be black the black magic wheels because of the rain the soft wheels so we see here the Leute suchen sich alle Möglichkeiten um sich hier vor dem Eben und es ist nicht nur regen meine Damen und Herren der hier runterkommt sondern auch der Hagel wir hören es hier in einem Übertragungswagen es poltert richtig auf das dach also ich möchte gerade nicht da analyzing sein in ICU Sempeta Lılar plans about I mean this is nailing down right now check all these people it's really terrible last week there was a big race in Paris also three thousand skaters this one is� historical with five thousand even more time whether Ich bin wirklich glücklich, dass es dieses Wetter dieses Jahr wird. Dann habe ich Katharina Rumpus gesehen, die Vorjahressiegerin, die ebenfalls hier gerade im Bild erschien. Und um positiv zu sein, dass einige Skaters wirklich lieben, in der Reine zu skaten. Ein paar Jahre vorhin hat Severin Wittmer gewonnen, in der Reine. Und er sagte, wenn es dieses Jahr regnet, kann ich in der ersten Gruppe sein. Also, wir werden sehen. Einige neue Skaters werden in der ersten Position sein, weil es unterschiedliche Konditionen als normal. Different conditions from normal, Marc. What do you need to have to really be successful in a race like this? First of all, you need to be really strong, because every push needs to be correct. The wheels are softer, so it will be even harder for your legs to make the 42K. So, wir sehen hier die Goldelse. Sehr schön mit der Nahaufnahme. Hier die Startliste der Favoriten. Bart Zwings, der hier zum siebten Mal in Folge das Rennen gewinnen möchte. Nolan Bediaff, er ist ebenfalls der Franzose, ein Favorit. Der deutsche Felix Reinen ist bestens vorbereitet. Er hat nichts anderes im Sinn, als natürlich auch hier das Rennen für sich zu gewinnen. Er ist immer nah dran. Er ist gerade frischgebackener Europameister aus Spanien. Eowen Fernandes, auch ein Mann aus Frankreich, den man hier kennt in Berlin. Also, da sind wir ganz gespannt, wie sich das entwickelt hier auf dieser nassen Fahrbahn. Bei den Damen Katharina Rumpus, inzwischen im Beruf angelangt, ist angereist, um hier ihre Vorjahressieg zu wiederholen. Sandrin Tass, ebenfalls eine Favoritin. Sabine Berg, zwischen Mutter, aber nach wie vor unheimlich flink dabei. Das, glaube ich, wird eine ganz spannende Angelegenheit. Aber die Frage wird sein, werden die unheimlich schnell sein? Ich habe einen Namen in der Liste der Manns-Kategorie, Gary Heckmann. Er hat einige Podiums in den letzten Jahren. Ich habe ihn mit ihm vor der Rennen gesprochen, und es war so, dass er im Trainingscamp für Eis ist. Das ist sein Hauptjob. Er wurde wirklich Angst, nicht in Berlin zu sein. Und wenn ich die Konditionen sehe, würde er es lieben. Ja, diese Konditionen, die Wetterkonditionen, die sprechen halt nur weniger an. Denn da geht es wahrscheinlich sehr stark um die mentale Stärke da durchzustehen. Man braucht eine starke Psyche und eben auch den Willen und die Ausdauer, um dem Regen zu trotzen und auch der Kälte, die dann einsetzt auf der Haut. Können wir vorstellen, das ist nicht so leicht. Und ich sehe da einige Sportler, die sind wirklich sehr lecker. Und ich sehe da einige Sportler, die sind wirklich sehr lecker. sehr, sehr dünn gekleidet. Also wirklich kurzärmlich. Die ganzen Topathleten haben noch manchmal Armlänge an. Aber die meisten, wie auch die Katharina mit der X1 vorne links im Bild, ziemlich dünn angezogen. Ja, und jetzt sehen wir hier gerade im Bild Sabine Berg, die gerade vorgestellt werden. Das sind die Topfavoritinnen, die hier kurz ins Bild eingeblendet werden. Zandrin Taz ist jetzt hier bei uns dabei. Sie ist ebenfalls hier nochmal ganz kurz genauer. Mit dem Sieg in 2015, die Belgierin. Und da kommen wir dann zur Vorjahressiegerin, der Katharina Rompos aus Darmstadt. Das war die Konkurrenz. Ich möchte einen Namen nennen. Das ist die Name von Aura Quintana Herrera. Sie ist von Colombia. Sie war nicht auf der Liste der Favoriten Skaters. Für mich ist sie die Favorit. Ja, und hier sehen wir wieder Folien über Folien über den Köpfen der Skaterin. Aber ganz ehrlich, schaut euch das an. Sie freuen sich, sich wieder zu sehen. Am Ende einer langen Saison trifft man sich hier in Berlin. Und auch wenn es regnet und auch wenn es hier wirklich pudelnass wird. Jetzt sind wir draußen. Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es nur noch eins dabei. So for everybody who is here at the course in Berlin, that's reality, that's the moment, skate in the moment that's all about. And as we see, everybody is happy seeing each other, staying close, and it's ready to go. A few seconds ago we saw Batswings, the big favorite of this Marathon of course, the last six editions he won. So we will see who try to attack Batswings and his team. Und wir hören gerade, der Start verzögert sich um fünf Minuten. Hier sehen wir die Nahaufnahmen vom Regen. Aber auch die Sonne kommt da durch. Was sind das für packende Bilder, meine Damen und Herren? Seht euch das an. Da stellen sich mir die Haare auf, dabei zu sein. Das ist alles. Das sind Momente. Und da erinnere ich mich an den letzten Inline-Marathon im Engadin. Da waren wir im Sommer. Und es fing an zu schneien, meine Damen und Herren. Da sind wir im Schnee gestartet. Und das war ein Moment, das wird man so nie wieder erleben. Und ich glaube, dass das auch heute ganz besonders sein wird, für all diejenigen, die dabei sein werden, bei diesem Wetter durch den Regen und durch die Pfützen zu skaten. Das wird man nicht mehr vergessen. Das ist sicher nicht. Und noch ein extra. Da gibt es 1.000 Skater für die erste Mal in Berlin. Das ist ein Inline-Marathon. Das ist sehr speziell. Ja, das ist immer wieder das Spezielle. Wir haben immer wieder ein paar Neulinge dabei, die hier zu begünstigten Konditionen an den Start gehen dürfen oder können. Und für die wird es natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis sein. Aber wie gesagt, die Bilder zeigen hier tolle Spiegelaufnahmen hier in der Pfütze. Aber ich darf sagen, die Stimmung ist grandios. Und ich bin mir sicher, dass unser Kollege, der den Start gleich mit begleiten wird, Carsten, das ganze Feld mal richtig ein, grooven wird, damit sie hier wirklich mit Freude durch das Start geht geben. Den Startschuss wird jemand geben, der das Inline-Skaten vor Jahren entwickelt hat. Das ist Gott Olsson, der Founder von Rollerblade. Er wird das Start mit dem Geräuschen machen. So, dass wir ihn bald auch in der Bildung haben. So, er ist hier in Berlin für den ersten Mal. Und er hat sich hier in Berlin für den ersten Mal in Berlin gebracht. Und er hat wirklich in die Atmosphäre. Aber er hat tatsächlich starten 30, 40 Jahre vorhin, actually, in den USA. Er hat einen Moment geschafft, also er ist hier zu sehen. Und er hat einen Moment, in den ersten Mal in Berlin zu kommen. Das ist nochmal das erste Mal in Berlin. Das war in der ersten Mal in Berlin. Das war in 1997, glaube ich. Ich so 1997 he was They're very successful and they knew exactly how to raise in the pack so Pascal Brion ist auch in der Pack heute und wenn wir glücklich sind, haben wir eine neue Konnexion und etwas live Impression von ihm aus dem Radium. Pascal Brion von France hat viel für den Inlinescape-Welt, er hat auch ein GoPro auf seinem Helmet und nach dem Rennen können wir einige schöne Füße von seinem GoPro auf seiner Website, Pascal Brion. Das wäre schön. Die Skaterinnen und Skater losgelassen werden, die Windwunde aus der Startbox hinaus strömen. Das wird eine Ladung für die Kontrolle. Das wird eine Ladung für die Kontrolle. Das wird eine Ladung für die Kontrolle. Der Windwunde in der Lange ist für die Kontrolle zu sein. Das wird eine Ladung für die Kontrolle. Hallo, den Markt. So, meine Damen und Herren, in einer Minute bzw. wenigen Sekunden wird der Start erfolgen. Hier gab es noch eine kleine Rückstellung, so a couple of seconds to the start. And we listen already, Hell's Bells, that's the moment where everybody get goosebumps all over his body. Das ist der Moment, auf den jeder wartet. Eine ganze Saison geht es dahin. Hier haben wir wunderbare Aufnahmen von der Helikopterperspektive. Die Damen strömen mittlerweile aus dem Dach. Startfänger sehen wir, Scott Olsen hat gerade den Startschuss gegeben. Das geht jetzt hier zack, zack, zack. Und die Damen beginnen sich hier zu verlieren. Ganz vorne links sehen wir Katja Ulbricht, die hier das Tempo vorgibt. Danach freien sich die Sportlerinnen langsam ein, versuchen sich hier einzuficken. So, the women's start is already on the go. And this is a great perspective from above to see this wonderful course right now. Beim großen Mini-Marathon 2019, der 31. Herzlich willkommen in Ziel. Die Damen sind hier unterwegs. Die haben nur zwei Minuten Abstand zu den Herren, sodass das Feld sich erst einmal ein bisschen einlaufen kann. Und vor allen Dingen gilt es hier auch ein eigenes Rennen zu laufen, nicht in den Männern integriert. So, the women are approaching this wonderful, great roundabout, Goldelse. Und wir werden sie dann kommen von der righten und enteren das große roundabout in Berlin. So, die sind hier in der Reihe von Sandrin Tass. In der Reihe von Sandrin Tass, in der Lead, behind her, Katarina Rumpus. Und wie Sie sehen können, alle haben die Rennen bereits auf den Skates auf den Skates. So, es wird ein schnelles Rennen. Ja, die Rennen ist ein bisschen bellow, 50, 50, 50. Ich weiß nicht, 57 Minuten. So, das Jahr wird es ein paar Minuten. Sie sehen, die blauen Rennen sind ziemlich soft. Sie haben ein bisschen mehr grip, als die schweren Rennen in der Reihe. Auf der reihe ist Felix, in der Mitte ist Noland Bedia von Frankreich. Für sicherlich ist er einer der Favoriten. Er wurde der Welt Champion dieses Jahr in der Marathon in Barcelona. Before, in front of Bart Swings. Bart Swings von Powerslide, the strongest team on the field. Und er ist bereits in Kanada. Er hat gerade zurückgekommen aus Salt Lake City, für drei Wochen. Aber er hat gesagt, Berlin ist speziell. Ich will zurückgekommen, und ich will für die 7te Wunsch. Viele, viele, viele Titel. Und auch ein Olympische Medal für den Mastart in Ice Skating. Der 46. BMW Berlin Marathon läuft in Sachen Inline Skating. Die Herren stehen noch an der Startlinie. Und warten auf den Augenblick. Ihre... ...gekocht. So, ich sehe. ...weil zu sehen, dass es so sehr, 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 sehr. Sorry, Sebastian. Aber es ist so, sehr, 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 sehr zu sehen, 5,000 Skaters in einem Fall. Es ist der einzige, der Welt in der Welt, einmal im Jahr, am besten, auf der schönsten Weg, Das ist die Forderung, das ist Scott Olsson, der Founder von Rollerblade. Er hat den Inline Skate 40 Jahre alt und er ist ein Happy Man round, denn er ist zurück in seiner Familie. Er hat den Inline Skate gemacht und jetzt ist er da. Die Männer rund um Barbswings. Er wohnt auf einem Hausboot in Minnesota. Er ist ein guter Mann. Er hat ihn gestorben und hat eine gute Gespräche. Er wird auch in der ersten Gruppe starten. 200 Skaters. Er hat gleich von Anfang an attackiert, das Tempo hochgehalten. Felix hier in seinem Team. Die haben klare Absprache getroffen um von Anfang an das Rennen hart zu machen. Also, sie versuchen sehr stark zu sein. Wir haben die Rollerblade-Team, die Yellow-Guy und die Führer auch. Der safest Platz in der Führer ist jetzt in der Top 20. Also, alle versuchen dort zu kommen. In der zweiten Position, Timothee Loupineau. Team-Mate von Barbswings. Hauptunuz ein wenigískal Ganz.'' Wir sehen hier, die Straßen sind noch richtig feucht, dicke Pfützen. Und es wird so schnell abtrocknen und das Wasser stört aus den Weg. Mal sehen sie in der Quarter płайте, was wir bezugehen. ERE zu spüren, die sie durch die Pfützen angelaangen rápieren können. Es ist schon fast wie Foyling da an Ad sokten und Amerika's Cup, wenn die un venner BONI accelerate mit ihren Katamarinen durch Wasserflüge, so könnte man fast sagen, das ist auch hier bei den Inlandsrätern zu sein. Das sind schöne Aufnahmen hier, das sind wirklich traumhafte Bilder, die wir eingespielt bekommen aus der Helikopterperspektive. Ja, und hier wird schon hart gearbeitet, auf der rechten Seite, warts rings. Der Kurs in Berlin ist ziemlich sicher, weil die Körner nicht so tief sind. Es ist eine sehr schöne Weg. Aber ein Schritt sehr weit nach außen würde hier ganz viel Energie wegfließen lassen. Da gilt es, über dem Skate zu stehen, direkt von oben den Abdruck zu leisten und nicht zu weit nach außen hinaus. Also the second group started. Sure, everyone is going for the best time they did in the past in Berlin, but it will be really, really hard to beat your time when it's dry. So, we will see. If you see the girls' side, so the right side, the road is going a little bit drier than at the start. So, we will see what we have in the second part of the baritone. Ja, wir sehen hier gerade bei den Männern, ja, da gibt es noch mehrere Reihen, die nebeneinander laufen. Da wird noch ein bisschen getaktiert und man versucht hier wirklich nach vorne weg zu kommen. Das wird heute ein schwieriges Rennen, um wie in der Vergangenheit auszureißen, so wie es dem Bart Swings meistens gelungen ist, um seinen Sieg zu sichern. Auch bei den Damen, hier auf der rechten Seite zu sehen, da herrscht auch etwas Uneinigkeit. Die Welt champion in 2nd position, Nolan Bediaff, still leading Bart Swings. On the right side, Felix Reinen. On the left, the Colombian skater, Guiavante, one of the favorites, not especially in the marathon, but he is world champion on the points race. So, long distances is his favorite. So, we will see what he can do. Check this out, these turns are so scary. I skated several times in Berlin. I think the curves, compared to all the other marathons, it's really safe. That's also one of the reasons all the records will be set in Berlin. One of the fastest courses. Felix Reinen tries to attack. Nolan Bediaff will try to catch him. Das wird am Anfang, wenn ihr auch gerne schaut, euch das an. Versucht, wirklich alles zu geben. Felix gibt hier richtig Druck und versucht wegzukommen. Auf dieser rutschigen Straße ist es wirklich noch einmal, um einigen schwerer, überhaupt die Geschwindigkeit zu halten und wegzunehmen. Felix Reinen macht das Rennen ziemlich hart. Er wurde ein paar Wochen vorhin ein paar Wochen gegründet. Ja, das Bild zwischen den Damen und den Herren sieht man sofort. Das ist eine ganz andere Stimmung bei den Damen. Die sind hier schon auch sehr schnell unterwegs, keine Frage. Aber da ist zunächst mal große Einigkeit, dass man das Rennen gemeinsam läuft. Wenig Attacken im Augenblick zu erkennen, dass hier ein Team ausreißen mag. Sabine Berg in der Fronten ist sehr speziell. Sie hatte ein Baby, ich glaube, zwei Jahre vorhin, und sie wurde auf dem Podium auf der Welt in Barcelona. Sie wurde der 3. Das ist unig. Ich bin schwerer Dritten im Augenblick. Ich bin Fernandes im zweiten. Besuch von der Berlin Marathon seit fünf Jahren. Eben Fernandes ist von Frankreich. Er ist aus dem Rollerblade-Team. Ich glaube, das ist das zweite strongest Team nach Powerslide, der Team von Bart Schwinke und Felix Reinen. der zug der männer ist weit auseinandergerissen ein zeichen für hohes tempo was jetzt hier noch einmal verschärft wird von dem sechsfachen sieger des bmw berlin marathons inlineskating war zwings er zieht das tempo hoch aber die konten sind dran er auch auf dem preis starkes übernimmt jetzt den biet die power geht es darunter trikot ist bereit ist so this is so energetic if you watch these pictures here see really fighting hard you see it's one line soda going pretty 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 hard so beats Felix Rheinen Werbefunk von der leften Seite Werbefunk ist von der Netherlands Sehr schöne Nahaufnahmen hier von der Führungsgruppe Katja Ulbricht auch sehr stark Nach wie vor eine Topathletin bei uns hier aus Deutschland Hier sieht man sehr schön den Vergleich Die Topathletin vorne hat ganz normale Wheels Und dahinter hat die Regenreifen aufgezogen Wie wir vorhin schon gehört haben von Marc Die haben einen größeren Widerstand Etwas softer, etwas weicher Und da heißt es dann wirklich dranbleiben Es rollt dann nicht ganz so leicht Sie warten auf den Ende des Marathons Sie denken, dass es frisch ist Und ich denke, dass es ziemlich nah wird Ich habe die Wetterforschung gesehen Und es kann frisch in einer Stunde sein Hopefully Depends auch auf den Wind Und So, hier geht es dann Leichter Anstieg So, hier geht es kohle Wir sind da oben. Können Sie da eine Gelotung bringen? Wieder schöne Aufnahmen hier wieder am Regierungsviertel. Wobei eine Schweizer Botschaft geht es jetzt hier hinein. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, he's really going hard. Bart is trying to keep the lead by himself. So, Mark, would you think that's the moment where he can really break away? Of course, he will try several times. I think this one make it a good chance, but he just wants a smaller group. It's the tactic he does every year. Attack, 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 till there's only one or two skaters left. And he is so strong. It's incredible what he did last year. Also, if you see the time, 42K within one hour. It's really, really special. So, here's very nice. It's pretty unique that you see so many black wheels. Normally, it's all white or green. And now, because of the rain, everyone put the softest wheels in. And, yeah, they have the color black. So, that's the reason a lot of black wheels in the moment. Oh, there is a Sturz. What if I'm not surprised, is that Katharina Rumpus, the here sturzed was, yeah, it looks like that. She tries to hold the loop. Let's see if Sandritas has this recognized and the speed up. So, we're going to see Katharina Rumpus. He was very far back. He just crashed a bit and Sandritas didn't realize that one of her teammates just dropped out of the pack. One of the favorites, it's so slippery. So, I think they don't want to finish. It would be a pity because also they trained pretty hard for this big event. Spanish team in the front. Spanish team in the front. Sebastian, is Katie Rumpus back? I don't know. So, yes, my parents показ that this big event, the team that guide this build... Das Team von Rollerblades mit Captain Ebenfairman, Ness II. So hoffen, dass sie den Anschluss wieder findet nach diesem kurzen Crash. Der Schiedsrichter wird noch mal hin, überprüft, ob alles gut ist. Aber es scheint nichts Schlimmes passiert zu sein, sodass sie es wahrscheinlich probieren wird hier. Wir hören die Musik der Straßenbands, die für Motivation sorgen. Und was heute besonders wichtig ist, dass da eben auch ein bisschen Mitunterstützung kommt vom Straßenrand. Denn wir stehen schon gerne draußen im Regen und hilft den Sportlerinnen und Sportlern über die Straße. Schnausberger Platz. Da haben wir gerade die Einstellung großer Kreisverkehr. Und hier sehen wir jetzt die Zusammenkunft des Hauptfeldes der Männer mit den Damen. So we're going to see the crossing of the lead of men to the lead of the women. This is pretty good organized normally. The girls are not allowed to follow the men. So they will keep left and the boys will keep right. As we can see, the judges here on the motorbike even having a camera. Just to make sure, have everything on record. Great, great footage here to see both the leading groups on the right, the men on the left, the women. That's emotional. The men are all again together. So Bart Swings is not in the breakaway anymore. He's skating in the front with even Fernandez next to him. Nice to watch here, the right turn of the leading back. Ready for the next attack. It looks almost like drafting behind the BMW. So he's really taking advantage of the drafting. For sure, for sure. As you can see, high speed right now. Many, many times he tries to attack. He just wants to make a really hard race of it. And that's one of his standard strategies. Make the race as hard as possible. World champion Nola Medjav catching Bart Swings again. Mark, that looks really, really hard. I mean, they're really pushing all the time. There's no resting time anymore. Yes, and also the technique is a little bit different than when it's dry. Because with inline skating, like all skaters know, we use the double push. It's almost not possible in the rain. Too slippery. So you see also only the outside push. And now we see Felix Ryan, and he really tries to attack, to overtake his teammate Bart. But as we can see, it's almost not possible. From France, Nola Medjav tries to break. Nice to see the face of Felix Ryan, he's really, really focused. And he just had a little interview with him last night. And he said, everything matches so well right now. After his European Championship and Spain. And he said, well, his condition, he is right on the spot. Relationship-wise, job-wise, squad-wise. So it's like, it matches so perfectly that he has his only wish to win once in Berlin. Of course, after his world champion two years ago, European champion this year. Of course, Berlin is the next to do on his list. Of course. I mean, this is one of the biggest things in life. To finish first here. And I know this guy from the very beginning, as he was a kid. Red-colored hair and being really... He was fighting a lot. Because he was always by himself. And competing to the other clubs. And now it seems to be he's on his feet, I would say. Aura Quintana Herrera on the lead. The girl from Colombia. Also in the front, on the right side, in pink, it's Bianca Rosenbaum. She really crashed really hard in Barcelona at the World's Marathon. She just came back. She just started training again two weeks ago. So it's really special to see you skating in the front now. So what's happening to this guy from the rollerblade team? Did he crash? Did you see something? It's the Mexican guy from the rollerblade team, Pais. Yes, and I think he crashed. But we didn't check it. But normally, he is in the lead. Some crashes in the fields. That's Guia Vanta, who crashed and came back to the pack. And the good thing still is, it's wet. Because you don't... Yeah, we see also here. I mean, they're really touching ground. It's so slippery. Wow. Did you see that? In the middle of the pack. Wahnsinns-Aufnahmen, die wir hier geliefert bekommen, nochmal in Zeitlupe, um auch zu zeigen, was es heißt, bei diesem Wetter draußen zu sein. Diese Straßenverhältnisse mit den Rollen eben mitzunehmen. Wer also hier nicht sicher draufsteht, nur einen kleinen falschen Schritt macht, der ist einfach auf der Fahrbahn. Das gute bei Regen ist, die Verletzungen sind nicht so schlimm wie bei trockenen Verhältnissen, und da gibt es dann immer wieder die Chance, den Anschluss wieder zu gewinnen. So the good thing in rainy conditions is, if it's so slippery, you don't hurt something. And you always have a chance to get mine back to the leading pack. It's nice to see, it's really international. Columbia on the left, in the middle on the front, it's Austria. Spain on the front, left. With the orange helmet, Casper de Gier, von der Netherlands. France is with a few skaters over here. And also Germany with Felix Reinen on the left. And it's always also the final of the world in my cup stage here in Berlin. So it's always also important to keep the final points, so to get the final points for the final win. Which we also celebrated tonight at the big prize ceremony at the season's end party. The light's done. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen wir auch noch jemanden, der rückwärts skaten unterwegs ist. Dieser gute Mann kommt aus Tallinn, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben es sofort, da muss ich nochmal ganz genau, das ist Tonys Palme aus Estland. Der schnellste Inland-Marathon rückwärts auf Inland-Skates, den er hier durchführt. Und er will natürlich den Rekord brechen. Auch hier ein Antrag beim Guinness Buch der Rekorde. Wir sehen hier, wie souverän er unterwegs ist. Einmalige Bilder, die uns hier eingeschrieben haben. So he is doing the world record in skating the marathon backwards. He comes from Estland, Tonys Palme. And he is trying really to break the record in skating this 42K backwards. The first time I saw a challenge like that, special, it's nice. Traffic Jam, it looks like the current pictures up there in Canada when we have the Friday Future March with all these people in the street, but only cars. Nice to compare. Oh, das sind Bilder, meine Damen und Herren. Schaut euch das an, wie das Gemäxel dieser Skates da draußen auf der Straße abgeht. Das ist Staccato. Wahnsinn, wie die da mit den Beinen ihre Rollen antreiben. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Das sind die Warriors hier in Berlin, meine Damen und Herren. Die hier mit all ihren Treffen, die sie zusammengesammelt haben, um hier das Finale ihrer Saison zu bestreiten. Hier geht's um wichtige Plätze. Hier geht's um den Sieg. Und jeder gibt alles, was er in seinen Beinen noch übrig hat nach dieser harten Saison. So let's switch back to English to our foreign friends around the world. I'm sure we're gonna have many people watching, also from other countries like South America, Australia, Russian, USA. So, that's great to have you here watching us in Berlin. We know it's tough to be not there apart, but you're always welcome to join. Hier eine kleine Ausrutscher noch mal bei den Führungsleuten. Alexander Bastidas hier, Roller A3. Aus Venezuela kommt der gute Mann, erwartet in wenigen Tagen seine Zwillinge. So, Alexander Bastidas, great guy. He loves salsa dancing, and he is the natural guy in inline skating, because he knows exactly the movement, and he is expecting his Twins next day. Sebastian, he is leading the German Blade Challenge overall ranking. I guess, which is easy, I'm joking, haha. We see again an Ausruss in front of one of Timothée Librenaux from France. No, it's Felix Reinen, sorry, it's his teammate from Germany. We see again an Ausruss in front of one of Timothée Librenaux from France. He has a new Ausruss in Berlin present, which is brought by Pascal Briand, which we can see here right now, but in the future. He has a big deal, of course. He's a big deal, and he's coming back. But he's at the very first time, he is been off at the stage with a very good point. He's on the side. He's coming back to the center. He's moving to the center. Wir hören immer wieder an die Trillerpfeife der Schiedsrichter, die hier für Ordnung sorgen, nach vorne. Wir hören auch die Whistle der Judges, die folgenden den Pack. Wir hören immer wieder an. Wir hören immer wieder an die Trillerpfeife der Schiedsrichter, die hier für Ordnung sorgen, nach vorne. Wir hören immer wieder an die Trillerpfeife der Schiedsrichter, die hier für Ordnung sorgen, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Groups get smaller and smaller, just so hard, with the soft wheels and the slippery corners. Even Fernandes on the right is trying to attack. In his wheel, Elton de Souza und Kasper de Gier, Elton de Souza von France. Also Denmark is presented in his peloton with Stefan de Schmid. With the bolt suit, the blue bolt suit. Ladies and gentlemen, we're coming close to the half marathon counting. We have 36 minutes already. So, if we count, this will be one hour and ten probably. So, let's see. So, let's see. There's another attack of the Ewen Fernandes. Trying to stretch the leading pack again. Before the event, Sebastian, we talked about Severin Whitmer. He won, like, years ago. I think, 2010. He's really active in the break. He's leading a lot. And, also, halfway, he was the first one who gets through. So, Severin Whitmer from Switzerland. He's also one of the favorites. And, it's one of the reasons, it's the wet conditions. Also, when he won the Berlin Marathon, the only one, which one he won, was in the rain. So, let's see what he can do. But, he's here only for fun. He's not competing anymore. He's for fun. He didn't train a lot. He does a study. He works a lot. So, he said, I trained. And, I'm here with my friends. So, but he is still in the leading group. So, really special. So, if you compare training and technique, what is more important? If you have already the technique in skating, can you absorb a lot of training? For sure. But, a lot of people can train really hard and don't have the technique. So, you can win a lot with technique. So, technique is also even important than your strengthens. So, like, I'll see you. nächsten Tag am Sonntag morgen für die 40.000 Läuferinnen und Läufer gesperrt ist. Das sind Verhältnisse, für die wir schon dankbar sein dürfen, dass das für die Skater ermöglicht. Übrigens einmalig in der Welt diese Kulisse und vor allen Dingen auch diese Zielanfang durch das Brandenburger Tor. Nolan Bediaff, Bart Swings, Guiafante und Yvonne Fernandes. So I'm just talking about the leading guys, they will be the ones for the final sprint at the Brandenburger Gate. What do you think? It's a different sprint than normal because you get, everyone is really, really tired. It's a really hard race. You see attack, attack, attack and the legs are sore. So it will be a different sprint than normal because of the conditions. But for sure it's Bart Swings who is the biggest favorite. His top speed is amazing, his strength is amazing. It's one of the reasons he won six times. But what is so special? Can you describe it? And what is his, why is it so, why is it so efficient? First of all he trains really, really focused and really good. Second of all his technique is fabulous. So this together, it makes him really unique. He has learned to hear and learned to hear. And it makes him to a very efficient skater. That's exactly what we want to achieve in our life. That we want to achieve with the resources that are available, really good. Again Nolan BDF, he's really focused in the first 40 minutes of the race. Always in the first or second or third position. The Colombian skater Alex Guliavanta in Turkey. I talked with him before the race. Next year he wants to do all marathons in Europe. I mean a little bit more than he did this year. But he wants to focus on marathons. He's world champion on the track. But he wants to switch. He wants to focus and win the Berlin Marathon, Paris Marathon, Dijon etc. The French skater, the teammate of Nolan BDF in front. Here we see the ladies again in the world. Auch here has to be a little bit out of the field. I still want to make Katharina Rumpus out for nothing. She seems to be not more at the time. Or at the same time. She is in. The group was still in the little middle. She is in. She is in. She's in. Er wird es eng hier beim Schiedsrichter. Attack von Sandrin Tass. Sandrin Tass, Europäer Champion, der Elimination. Es ist Elton de Souza und Felix Reinen, die versuchen, in der Mansfield zu attacken. Severin Whitmer versucht, zu catchen. Das ist der Swiss-Guy, die wir darüber gesprochen haben. In Dirt, mit einem roten und blacken Soet. Das ist der Swiss-Guy. Das ist der Swiss-Guy. Das ist der Swiss-Guy. Felix Reinen hat jetzt die Brille abgenommen. Der Wettbewerb für bessere Sicht, die er braucht, um die Orientierung hier vorne nicht zu verlieren. Und wieder eine weitere Attacke. Nolan, Bediaff. Der Wettbewerb von Barcelona. Der Wettbewerb mit den Streifen. Sehr gut. Sehr gut. Und sehen Sie, wie er skatiert ist. gesagt, Autos drücken. Sehr glückliche Stockfunkel. Sehr glückliche Stockfunkel. Sehr glückliche Stockfunkel, aber ich habe wirklich sahen die Schmerz unter der Wettbewerb. Das ist der Wettbewerb. Jetzt zeigt sich wer hier den längeren Atem hat. Wir blicken noch einmal in das Männerfeld hinein, die roten Anzüge, die wir gesehen haben. Severin Wittmar und André Künz, die zwei Schweizer, die sich hier hinein gemogelt haben, kann man schon fast sagen, in diese Elite-Truppe. Denn Severin, wie wir vorhin schon gehört haben, ist ja gar nicht mehr so aktiv wie diese Top-Athleten, die jetzt hier auf dem Weg sind. André Künz ebenfalls einer, dem es gelingt, hier mitzuhalten bei diesem hohen Tempo und diesem Fassan-Sprenz. It's Nolan Bediaff again in the front. He's doing a lot this marathon. He don't want to wait for the muster sprint. He just wants to attack and have a small breakaway, small group. And it's Bart was in 15 position, so he has to work now to get to the front. That looks really hard work right now there. He's nailing it down. So, jetzt sind wir auf der vergangenen Seite des Staates. Ein kleines täuschen Herrn Dahmen. Das müssen zwei Minuten zurechnen. Bart Swings is at the front group again and Alex Goyevante has a small space between the first group and is leading the second group. So, und wir schauen auch in die Haupt-, in die großen Felder derjenigen, die hier unterwegs sind, verkleidet. Da sehen wir den Jochen Glasbrenner aus Stuttgart, schnellster Inlandmarathon, verkleidet als Elvis. Dazu sehen wir ihn, der hier unterwegs ist. Das ist eine schöne Anwendung. Er will nämlich den, uh, was haben wir denn, das sind natürlich auch heiße Bilder hier am Rand des Inlandmarathons. Aber den wir gerade eben verkleidet gesehen haben, der wird hier als Doppelstarter unterwegs sein. Nämlich heute verkleidet als Elvis und morgen läuft er den Marathon in der Lederhose. Nederhose versucht damit einen Weltrekord, beziehungsweise einen Rekord für das Bundeskund. Das ist Martin Ferry, der versucht, zu attacken. Von Franz, Timothee Lubinow von Powerslide, ein Team-Mate von Felix Rijnen und Bart Swinck ist, 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 dass er ihn in der Arbeit für seine Team-Mate ist. Ich bin so glücklich, dass du hier bist, als ein ex-pro skater. Denn du kennst noch alle diese Leute, die hier skatern. Als ich skater war, war das Anfang der Early Marathon. Das war im Jahr 1998, 1999. Und diese Leute sind jetzt der neuen Elite. Der Zeit, wenn du auf dem. Rausberger Platz auch hier sehen wir die Maske unterwegs sind. Die Marathon Guides, das ist auch eine Aktion, die hier in Berlin immer wieder dabei ist. Die Ziel-Sideskater, die nach bestimmten Zeiten die Gruppen zum Ziel hin führen. Aber jetzt richten wir natürlich wieder den Blick auf die Elite, die nach wie vor es nicht leicht macht. Dabei. Felix Rijnen hier teilt sich die Kraft ein. Felix ist in 2nd place. Er ist gerade hinter Nola Beidiaf. Ewan Fernandes auf Platz 3. Ewan, Platz 3. Ewan, Platz 3. So, Nola Beidiaf ist in der Beginn der Runde. Der Rest der Runde ist nur die Runde. Ja. Er ist ein sehr starker Mann. Der Runde ist noch nicht in der Leidengruppe. Der Kolumbianer, Alex Guiavante. Also, wir sehen... Da ist er. Ein paar Meter hinter der ersten Gruppe. Er wird es wieder fangen. Mit Kasper de Gier. Der Dutch Skater. Und wieder. Nola Beidiaf. Schauen wir nochmal genau in das Gesicht von Felix Rijnen hinein. Der ist schon ausgemergelt. Aber er beißt nochmal die Zähne zusammen. Und zieht an. Hier auf den Regenkassenfahrbahn in Berlin. Die Blätter fliegen umher. Der Herbst ist da. Das sind unter anderem typische Bilder für den BMW Berlin Marathon in Rheinskater. Da ist die Garantie für Sonnenschein. Die Damen haben ihren Rhythmus gefunden. Schon einen ganzen Marathon lang laufen sie hier aufgereiht. Hier in einer Perlenspur nimmt sie hinter. Sebastian, ich warte auf den Bart's Wings Show. Ich denke, er versucht bald zu attacken. So, normalerweise, er endet sich alleine. So, wir werden sehen. Was er hat er in der packen. Was er hier in der packen. Was er hier? Look at the girls hier. The Dirndl. The ladies. I know them. From Denmark. Oh, mein Gott. And the Lederhosen guy. He is good. He is amazing. They are also... Check this out. They have the right mood to skate along the Berlin Marathon. Welcome, Ricke. Attack from Felix Reinen. Die Straßen sind nass. Die sind rutschen. Das ist kein leichtes Unterfangen, meine Damen und Herren. Hier in Berlin. So, Severin Wigmer ist weg. I guess, huh? No red suit anymore. Even Adrian Kummer ist weg. Nolan Bediaff. He is nailing down again. And Bart Swings is going into the second place. To follow. One of the best skaters of France, Elton D'Souza. Is he still in the pack? Did you see somewhere the MX team? The average speed, what do you think? The average speed they are. It's a pretty fast race. Also, with these conditions. So, it could be a little bit over 38. Okay. Was it fast? I guess? My gosh. It's a good kid. I don't have to fight it. I'm sorry, it's a bad kid. Waaat. You get around. It's a bad kid. And a weight of a kid. I'm sorry. I can't. I feel good. I feel good. Unverändert die Führung hier bei Kilometer 33 sind wir, das ist der Hohenzollern da, meine Damen und Herren. Die Kilometeranzeige 40 kmh sind es die, die Sportler drauf haben bei Kilometer 33. 40 kmh, das ist die höchste Speed, die wir jetzt haben. In der Regen, Null Lombardiaf, Leading, Bad Swings in 2nd, 3rd, Alex Graefante, 4th, Felix Reinen, Deutschland. Das sieht wirklich wie ein Kampf in der Route, ich würde sagen. Ich würde sagen, ich meine, in diesen Situationen muss man wirklich bewusst sein. Das ist nicht zufrieden. Du musst jeden Moment focussen, das macht es auch schwer. Ja. Also, vielleicht werden wir einen Sprint schauen. Was denkst du? Ja, natürlich werden sie einen Sprint machen. Wenn du nicht die Päck schlägst. Natürlich. Aber ich meine, zwischen den Skatern, der Käpt'n von Rollerblades, auch Fernandes, der Kolombianer, Kuiavante, und Bad Swings. Die sind die schnellsten Skatern, in dieser Päck. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Martin Ferry von Franz, auf der Seite. Martin Ferry von Franz, auf der Seite. Das Testament, ist jetzt die Regen, der Orange Helmet der Kasper Degier Hier aus den Niederlanden. Fürsure einer der besten Marathon skaters von Holland. Behind Gary Heckmann. Leading Timothée Libouneau. Leading now Martin Ferri. Also das Rennen ist die ganze Zeit ein Vor-Zurück, Vor-Zurück und das macht es so hart, diesen ganzen Ablauf. Hier auf der rechten Seite sehen wir wieder die Führungsgruppe ganz vorne. Auf der rechten Seite Katrin Rumpus hat es wieder nach vorne geschafft. Sie hat sich geraffelt nach ihrem Sturz und den Anschluss in die Führungsgruppe gefunden. Die Vorjahressiegerin vom WNB Berlin Marathon Inland Skating hat natürlich auch eines im Sinn, ihren Sieg zu wiederholen. Ich hatte anfangs erwähnt, sie ist mittlerweile im Referendariat, arbeitet Vollzeit und von daher hat sie wenig Zeit für das Training. Ist auch wirklich ganz kurzfristig angereist hier in Berlin, weil sie natürlich gesagt hat, da muss ich in jedem Fall wieder dabei sein. As I just said, Katrin Rumpus on the very right side right now, she is full-time working already and still training hard to participate, to continue her career here in Berlin. She's really trying to get her second victory in the low. We're really looking forward to the final stretch. Bad swings from the sides. Nolan Beriaf again trying to attack, together with Felix Reinen. Wonderful perspective, great pictures, great view from the top. Seeing how they go around the curve. Pidondo in the back, Pidondo from Spain. How can the sky be so strong? He's leading like 50% of the race. Yeah, it's incredible. Including Chris? Yes, it's amazing. Very, very efficient. Stating what we're going to see here. Da tut sich was. Da tut sich was. So there is a little breakaway. Trying to really get away. The Rollerblade team is catching up. Sehr schön zu sehen von hier oben. Die wollen sie natürlich nicht ziehen lassen und führen wieder heran an die Ausrüstung. Und wenige Meter, die dazwischen sind. A couple meters between the leading pack. Now we're getting closer into Mitte. To the Potsdamer Platz. Sehr schöne Aufnahme jetzt hier von oben. Eine tolle Perspektive, die wir hier bekommen vom BMW Berlin Marathon in Lineskating 2019. So as we see, that's the Potsdam place right now. And we're gonna see them shortly going around. Das ist das Ende vom Marathon. Ganz genau von der Rollnacht aus Düsseldorf kommen sie jedes Jahr zu uns nach Berlin, um hinten am Ende des Marathons für gute Stimmung zu sorgen. Um diejenigen, denen es nicht mehr gut geht, ein bisschen unter die Arme zu greifen, sodass sie motiviert sind, weiter nach vorne zu skaten, um sich nicht einsamen zu lassen vom Besenwagen unter Besenbus hier in Berlin. Also, Motivationsskater von der Rollnacht aus Düsseldorf waren hier eben am Straußbergplatz zu sehen. Sebastian, in 8 Minuten we know who is the new winner of the Berlin Marathon 2019. How do you know? Because halfway it was 36 minutes, so it will be 1, 11, 1, 12, 1 hour and 12 minutes that it finishes. Marc, you're always on the clock. That's great. No Lambediaf again. Almost crashed on the white line. It's always slippery. Ja, we will be excited about the final stretch. Now we come to the downtown center of Berlin. Guiafonte in the back. Skater from Colombia. Eipziger Straße. We're approaching right now. Very historical area. downtown Berlin. We're going to sprint with 12 skaters. Wow. See the world from the top. The Arctis is still there. I'm getting nervous. Now we are coming closer to the finish. Ja, me too. Great perspective here. Would it be, again, bot swings? Six in a row, then it will be seven. It will be. I'm crossing fingers, but I'm not sure, actually. Even Fernandez could be the one. He is pretty strong, I'm sure. He is an animal. He is going to skate two times. He is starting two times. Skating today, running tomorrow. He is very deep water here in the main road. aus der helikopter perspektive jetzt geht es langsam hinein in die kurstraße weiter zur französischen straße bevor es dann hinein geht auf die zielgerade der straße des 17 jungs 2 uhr zeigt zehn vor fünf jetzt geht es ja bei dem gendarmenmarkt rutschige partie da merke ich schon die gänsehaut die sich breitmacht hier fühlt man mit so so you're feeling really the goosebumps coming up when you see these pictures all the athletes looking forward to the final stretch to the brandburger gates to the last few k and to be prepared for the springs it's the powerslide leader himself what swings leading and controlling actually the field so this will be very very exciting that many many mean the big expectations in their face for the final spring that's for sure what swings just came back from two weeks training scam in salt lake city yeah ice training just came back to win bilden eber symbol in rückwärts skater aus dem ist land tonis palme ob es ihm heute gelingt den rekord zu brechen als schnellster man rückwärts durch berlin zu skaten so we so now we're gonna see this is the final corner to the who will be there's somebody escaping here at the main and uh we're gonna see bart is controlling the pack but he will take on it's jimmy joett jimmy joett i'm almost sure jimmy joett from france but he is exhausted i guess the spanish team there you see bart is still controlling watching keeping the distance there's the eating adding gate and now we're gonna see the brand bugger gate the final stretch mark this is the moment where you really have this excitement who is jumping out of the gate as the purple stones really slippery the speed is going off then it's the last you got here a few hundred meters to the finish line that's ways controlling and already have is trying with felix right in in his back felix reine is third position on the right side butt swings don't have a half tries to catch him on the right side nolan left bark and felix just and feeling this in the middle it's nolan it's felix it's felix reinen felix reinen from germany felix reinen for sure is he gonna make it for the first time he win it that's him congratulations felix reinen he did it he really deserved it oh my gosh felix reinen und er hat so viel investiert in dieses rennen und auf den letzten metern trotz aller riesen sprinter gibt er alles und schafft es und entscheidet dieses rennen für sich felix reinen und da sehen wir ihn wie er seine arme in die luft streckt wie ein adler fliegt er durch das tor durch die sieges tor schaut euch diese erlösung an diesen blick felix eine wahnsinns aufnahme die dir hier geboten wird ein moment wo wir auch hier im wagen sitzen und es kaum begreifen können dass du es geschafft ist second nolan media from friends and third it will be or elton de susa or even fernandes bro from friends auf der rechten seite scott alitz der team manager hat ihn gleich in empfang genommen auch einer der natürlich das moment mit gespürt und mit gefiebert hat seine teamkollegen kommen eben zu gratulieren an seiner seite die haben wirklich hart gekämpft für diese tollen sieben die berlin marathons berlin marathons in landsgaden 2 auf dem platz des länders und jetzt den glücklichen sieger des bmw berlin marathons in landsgaden 2 2019, Felix Reinen im Sonnenschein, das ist auch ein Geschenk, den er, dass er hier im Ziel bekommt. Ja, bei den Damen, meine Damen und Herren, Bianca Rosenbaum leading in front of the Colombian skater. Die sind jetzt gerade in der recovery-Phase, würde ich sagen, so they're really trying to recover before they go to the final stretch. Vielleicht ist das für die Damen, die in Richtung Ziel unterwegs sind. Und zwar wird sie nochmal nach dem Potsdamer Platz hier auf der Leipziger Straße richtig ausgeruht, wenn wir uns an die Bilder erinnern, die wir zuvor gesehen haben von den Männern. Da ist es hier bei den Damen eine Kaffeefahrt, könnte man fast sagen. Ich möchte es jetzt nicht herunterbrechen, doch die lassen sich da gerade wirklich. Das ist immer sehr typisch für das Darmfeld, dass da ein bisschen gebummelt wird und geschaut, ja, lass uns mal ein bisschen Kraft einsparen, bevor es dann wirklich hier nochmal zu dem finalen Sprint kommt. Also, wir werden hier sehen, die Leipziger Straße hier, die Beziehung von Berlin, die Frauen nehmen. Die Frauen nehmen es gerne. Die Frauen ranken. Das ist in der Champagne. Das ist genauso wie eine Kaffeefahrt. In 5-Position, das ist ein skater von Taiwan. Das ist auch ein Land, wo es die Sport hat verloren, right? Taiwan und sogar China. Wir werden noch mehr und mehr skaters kommen. up women chain actually No one wants to take the lead right now. They all try to recover before the sprint. They do, huh? Yeah. Why do they need the women so long to recover compared to men? For them it's an even longer marathon. I mean in time. And it's wet so it's even harder. Softer wheels make it even harder. So you need some recovering during the marathon. But it's like, you know, there's nothing really happening. So what do you think? If we face the final stretch after the handball again, who's going to make it today? With the women? With the women? Who's going to win? Oh, the favorite for sure. Sandrine Taz is one of them. The girl who crest, Germany, Katerina Rumpus. And also the girl from Taiwan was on the podium on the points race at Worlds. So she has some endurance. She can make it. And the leader of the World Inline Cup, the Colombian girl, Aura Herrera, for sure one of the favorites. Thank you, Art, for this. And don't forget Bianca Rosenbaum from our country. Yeah, she's also super nice if we have a Dutch on the podium. Yeah. Sabine Berg here. Die Hände auf den Knien. Blut sich aus. Was für Bilder. Nesse fliegt in die Luft. Hier geht's hinein jetzt in die Stadt. Ruhrstraße. Die Zeit ist egal bei den Damen. Hier geht's nur um die Platzierung. Das ist das Ding. Bei dem Regen ist eh alles vergessen, Top-Zeiten zu laufen. Und da macht es bei denen gerade gar nichts aus. Ein bisschen. Es laufen zu müssen. Das sieht aus wie viel Zeit für die Zeit. Wie sehen Sie die Zeit? Sie sehen wie gut für die Zeit! Das ist wie die Zeit für die Zeit. No. No one wants to take the lead. So, Suns out there. Sabine Berg, Leading. Third on the World in Barcelona on the Marathon. The field sprint also makes a big chance. She's trying to get ready. She's very experienced already. She knows Berlin the course quite well. She knows exactly where to start the sprint. It looks nervous. Everyone tries to get a position. Power slides in the back, communicating. Power slide is switching, going to the front. Yeah, they're going now to chain up. They're taking up the speed now. The very left to be inside the curve. We go from Taiwan in the front to the left side. Oh, quick fights. We've seen the ladies hugging each other. Look at the fights with the ladies. This is always. So, power slides is teaming up. The chain is on the go. Nice rooftops here in Berlin. But now, let's face the final. Look at the ladies. Trying to bring them down into the position. Left turn, now. Eingebogen sind sie. Unter den Linden. Immer noch. Das Feld kontrollierend. Sandrin Tass. Eingebogen sind sie. Die ladies. Die ladies. The ladies. The ladies, hören wir. Die hier, jetzt, den Zug anziehen. Chloe Duffe. Leading. So, let's face the Brandenburger Gate here. Perfect view, the sun is really coming in. What a moment. Last 200 meters. So, now on you. It's still Chloe leading. Behind Sandrine and Kati. Katharina Rumpus from Germany and Turkey. The girl from Taiwan on the left. Speed up. She gets really close to the win. It's Sandrine. Sandrine Kitas from Belgium leading. It's Sandrine. Sandrine still leading. Sandrine will take the win. For sure. First Sandrine Kitas, second Katharina Rumpus and third. Not sure, but I think the girl from Taiwan. That was an amazing final. Did you see? Sandrine Kitas took it. She is the winner of 2019 and Katharina Rumpus did it. Second. After the crash, an amazing thing. I mean, that was a celebration even between Katharina Rumpus and Felix Reine. Can you imagine? Being a couple almost win. What happened when she didn't crash? Yeah. Amazing. The teammates Sandrine Kitas and Katharina Rumpus did a really great job. And then, again, there'll be a few years. And then, we're in the way. And then, we're in the way. And then, we're in the way. We're in the way. 2019 also ganz ehrlich bei der herrn auch hier hier beide der mark und ich im übrigen ist alles dunkel viele bildschirme aber diese bilder mit der sonne die da von draußen rein scheint das herz auch da schlägt das geht der herz was gibt es schönere moment für all diejenigen die jetzt raus unterwegs sind auf dem Weg in Richtung Frank-Borga-Tor you like it for sure it was really nice race and we stations were hard with something special in the years before Felix Rijnen is a winner after six time butt swings it's Felix Rijnen now and I think after his hard work this year you really deserve to win yeah it was a very tough start at the beginning with the rain the hail was like whoa impressive was Nolan baby after friends yeah leading most time of the race including crash he finished second so we have wonderful pictures here from the helicopter of the middle of the final stretch from the brand book our gates to the finish line we cross fingers for tomorrow to have also this incredible view weather weather for the running out front we're going to have 40,000 people running here but so we have however we can see what happens is here here the aim is von den nächsten finischern die hier sich aufmachen das ist das erdinger tor kurz vor dem die jetzt erleuchtet ist das sind doch die bilder Felix Reinen genießt hier noch einmal das Bad in der Menge mit dieser Musik im Hintergrund bringt er seinen Fans zu und genießt das Bad in der Menge das sind Momente das sind Bilder die wird er nie vergessen die sind prägend für sein ganzes Leben so these pictures here seeing Felix Reiner the winner of the 2019 here in Berlin he is clapping the hands to his fans friends along the way ganz persönlich darf ich sagen ich kenne diesen Mann und begleite ihn von seinen jungen Jahren als er noch mit seinen rot gefärbten Haaren bei uns im Rogers Team das war 2000 mit dabei war und sich durchgekämpft hat zu diesem heutigen Tag hier in Berlin noch einmal hier in Zeitlupe diesen brillanten in Richtung Ziel wie eine Rettung er arbeitet sicher nach vorne mit einem wahnsinnigen Fokus was für ein Bild witzig 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 Wahnsinn! Die Siegerin Sandrin Tass, der Winner Sandrin Tass is also celebrating to the 2nd place winner Katarina Rumpus. They were so surprised and did it. So here we will see the top 3 of the top 3, Katarina Rumpus and Yi Zuan Lui from Taiwan. So Mark, how have you done? Thank you so much to do this together here. You're welcome, thank you Sebastian. We're going to have a short break, 10 minutes, and we're going to go back for the prize ceremony. See you soon. See you soon. Thank you. See you soon. See you soon. Now we're here to present you again. See you soon. Vielen Dank. 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 Enjoy. Vielen Dank. 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 It came... Vielen Dank. Good luck. They're... ... from... ... 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